Ich habe kein Mitleid mit euch, wenn ihr Gold bei Geschäften mit dem Eisenton verloren habt. Wenn ich nicht schon so schrecklich wührend auf Sarivok wäre, würde ich auch euch ein wenig in die Mangel nehmen. Ich muss unbedingt mit den Großherzögen über das Benehmen Sarivoks sprechen. Stellt euch das einmal vor, er übernimmt die Führung des Eisentons und hat dann nichts besseres zu tun, als die Glaubwürdigkeit des Handels zu zerstören. Ihnen haben wir ihn praktisch für null und nicht hier erklärt. Er mag der Stadt so vielleicht den Rücken stärken, aber das ist doch sehr unprofessionell. Irgendwas Merkwürdiges geht in diesem Gebäude des Eisentrons vor, sage ich euch. Ich weiß, dass die früheren Anführer getötet wurden, aber die übrigen würden dies nie zulassen, jedenfalls nicht bereitwillig. Flammende Faust attackiert Viconia, nichts gut. Nach seiner Machtübernahme... Oh, steht das hier im Lock? Der Aufstieg Sarivoks. Nach seiner Machtübernahme über den Eisenton hat Sarivok damit begonnen, dessen Mittel bis zum äußersten aufzuschöpfen. Selbst wenn die ehemaligen Anführer tot sind, werden die übrigen Mitglieder in solch mutwilligen Klünderungen nicht lange tahnlos zusehen. Was hat Sarivok vor? Ich weiß, was ich vorhabe. Erstmal versuche ich nochmal... ...die Quest abzugeben, hier oben. Oh ja, netterweise landen wir gleich hier. Wenn ich, haben wir hier gleich einen Gulli, in dem wir uns verkriechen können. Ich würde es nur vorziehen, wenn meine Gefährten sich nicht ineinander so verkeilen würden. War einmal auf Wochener Straße. Oh ja, hier haben wir... Wir wollen euch nicht töten. Okay, das war übrigens das falsche Gebäude. Das ist doch Nordwesten. Ach, Quints Haus. Da müssen wir rein. Das war doch Quinn, oder? Nee, das war nicht Quinn. Da wäre ein Notwürzhaus. Die Gute jetzt Haus. Okay, gehen wir mal hier runter. Gehen wir hier hoch. Ich frage mich gerade, es gibt es hier in der Nähe. Ja, da würde es noch einen, aber in den kommen wir nicht rein. In den da würden wir reinkommen. Also verschwinden wir gleich in dem, wenn wir die Quest abgegeben haben. Ah, guck ich da. Ich bin mit eurer Fingerfähigkeit sehr zufrieden. Hier habt ihr 200 Gold müssen für eure Umstände. Malgas hat mich für meinen Liebster großzügig entlohnt. Ja, nicht wirklich, aber egal. Das Gebäude brauchen wir eh nicht. Es geht nur um die Erfahrungspunkte und die Tatsache, dass wir das Ding aus dem Inventar loswerden. So, hier gibt es zwei Übergänge. Einer führt in den Eisenthron. Der andere führt nach unten in die, ähm... Allzombies. Oder düster Schrecken, besser gesagt. Jetzt müssen wir kurz warten, bis er wieder aufgetaut ist. Wie kann ich helfen? Okay, er ist wieder aufgetaut. So. Welches Ding führt in den Eisenthron und welches führt nochmal in den Unterkeller? Das führt in den Unterkeller, okay. Okay, Dilla will nicht mit uns reden. Kortisanen sind mir sowas von egal. Sleeve, na na, was haben wir denn da? Schwertfutter. Ich weiß nicht, Sleeve, sie sind riesig und furchteinflößend und ich hatte gerade an jemand anderen gedacht. Oho, sie hat eine Zunge aus Stahl und ein Herz aus Gold, meine Christine. Und sie ist so hübsch, dass sie sich unsichtbar macht, damit sie nicht von Typen belästigt wird. Sie würde zwar sowieso keiner wagen, wenn einer, wenn einer wie ich sich um sie kümmert. Sleeve, den sagt, wo ist sie ihn, ja? Liebling, du kennst mich doch, du kennst deine alten Sleevee. Hey, ihr glaubt doch nicht, dass ihr uns bei unserem Liebesgefühl zuhören könnt. Klar, das geht euch gar nichts an. Was flüsterst du denn, da Süße? Jetzt erzähl mir meine Christine, dass ihr alle eine Schwäche für die Großherzöge habt. Ist schon eine Schande, das mit Enter Silberschild, was? Einer erledigt und noch zwei vor uns armen Herzöge. Wäre es nicht besser gewesen, wenn sie alle zusammengestorben wären? Ach was, Christine, jetzt verraten ich gleich alles. Es ist auf, wie heißt es doch noch, der Silberblase. Ja, mir reicht es jetzt mit dem Katzen- und Maus-Spiel. Das ist nichts für mich. Was bringt es jetzt noch um die Herzöge nach dem Mittagessen? Wir bringen jetzt die Herzöge um. Wir bringen sie jetzt um die Herzöge nach dem Mittagessen. Wie Sariwok es uns befohlen hat. Hm, ich liebe deinen Intellekt-Sleave. So. Das wäre kein schneller Tod. Zwei Briefe, Kugeln. Bei den Tränen des Unterändlers wurde ich von dem Maus-Spiel und Christine abgefangen. Neben einigen anderen interessanten Dokumenten fand ich bei der Durchsuchung ja leicht noch eine Einladung in den Herzogspalast, die ich als nächstes aufsuchen sollte. Ihr braucht nur zu fragen. Wenn wir in die Erröte... Jetzt gehen wir erstmal in den Eisenthron. Und das müsste dieser Gang hier sein, wird mich in den Keller des Eisenthrons. Warum auch immer, hier oben ist dieser Gang. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, ich habe neu geladen, weil ich möchte eigentlich nicht die Abfolge so sehr durcheinander bringen. Ihr braucht nur zu fragen. Lass mich gehen oder die Wache bekommt dich. Pang Wallen, was geht hier... Was geht mir aus dem Weg? Es ist mir ganz egal, wer ihr seid. Ich will nur weg von hier. Und wer seid ihr? Ich heiße Pang und wäre euch dankbar, wenn ihr mir aus dem Weg gehen könntet. Es ist mir völlig egal, warum ihr hier seid. Nehmt alles, was ihr wollt, wenn ihr zum Plütenland hier seid. Ich will jetzt nur noch weg. Dieser Sarge ist ja größenwahnsinnig. Unser Anführer war... Anführer war noch keinen Tag lang tot, als er sich zum neuen Anführer des Eisenthrons erklärte. Dann stört es euch sicher auch nicht, wenn ich hier ein bisschen in eure Schatztrung greife. Pa, die sind sowieso schon fast leer. Sarivock fällt nun schon seit einiger Zeit heimliche Entscheidungen. Und das haben uns alle einiges gekostet. Es scheint nicht groß um Gewinn oder sonst was zu kümmern. Die Eisenglaubheit wurde zu seinem Lieblingsprojekt. Doch er hat sie zum Verstärken der Spannungen statt dem Aufbau besserer Geschäftsbeziehungen eingesetzt. Er hat genau wie irgendein Held zu unserem Verderben beigetragen. Warum er einen Krieg will, ist mir schleierhaft. Viel Spaß beim Plündern. Ich gehe jetzt und komme nicht wieder. Die Anteile aus dem Weg eindringen. Ich verlasse dieses sinkende Schiff so schnell ich kann. Warum erlaubt ihr solche Angst? Hat Sarivock nicht alles unter Kontrolle? Ich will ja gar nicht bestreiten, dass er alles unter Kontrolle hat. Aber egal was er plant, er hat bestimmt nicht das Wort des Eisentrots im Auge. Er hat uns im Stich gelassen für seine neue Position. Er soll schon bald schon Großherzog ernannt werden. Und uns muss er dafür loswerden. Und es würde mich nicht überraschen, wenn er die Flamme der Faustbogen hier durchschicken würde. Als Beweis seiner Haltung gegenüber Handelsverbrechern. Äh, Sarivock wird Großherzog? Wie kann das sein? Eigentlich ganz einfach. Er hat sich die Unterstützung verschafft, indem er versprach, dass sie von ihm selbst gestiftete Chaos zu bekämpfen. Mit dieser Idee sollte er außerordentlich erfolgreich sein, wenn man bedenkt, dass er alles unter Kontrolle hat, seit unsere Anführer tot sind. Ich bezweifle jedoch, dass er es auf ein nettes und ruhiges politisches Leben abgesehen hat. Er scheint möglichst viel Zerstörung anrichten zu folgen und ich glaube, er will einen Krieg gegen Amt provozieren. Warum würde er einen so zerstörerischen Plan verfolgen? Welchen Vorteil bringt ihn das? Woher soll ich das wissen? Ich bin kein Hässe. Ich weiß nur, wie man Geschäfte macht. Aber was er tut, macht wirtschaftlich keinen Sinn. Wollte er reich werden durch den Erzhandel? Hätte ich das verstanden. Hätte er den Eisenton umfassiert gelassen? Hätte er eine angehsende Position als Herzog dazu benutzen können, Sanktionen gegen Amt zu verhängen? Und auf diese Weise unser Handelsrecht über die Gruppe, wie die Ritter des Schilds, auszuweiten. Wie es aussieht, will er uns jedoch aufgeben und einen blutigen Krieg anzetteln. Die Maunischen glauben an Sarivok und es braucht mehr als eine Klinge, um sein Ansehen in den Augen der Öffentlichkeit zu schmälern. Wie kann das Volk an ihn glauben? Sehen sie nicht sein wahres Wesen? Menschen sehen, was sie sehen wollen, und sie wollen einfach einen Retter sehen. Er bietet ihnen Stabilität und scheint sie auch gewähren zu können. Sonst haben sie mehr als andere ihn bisher haben bieten können. Ich habe genug von diesen Gereden. Wenn ihr mich niederstrecken müsst, dann tut, wie es euch beliebt. Aber erwartet nicht, dass ich das abwarten werde. Nee, verschwind du mal. Wichtige Ereignisse. Sarivok hat den Eisenthron im Stich gelassen und will nun einer der Großherzige von Baldus Tor werden. Ich muss Beweise finden, die ihn belasten und zwar schnell. Vielleicht wird die Durchsuchung des Eisenthrons Dokumente ans Tageslicht befördern können, die mir dabei helfen können. Ja, und... äh... Tizen. Sarivok hat sich als Anführer des Eisenthrons etabliert und dabei dessen kaufmännische Glaubwürdigkeit praktisch zerstört, indem er ihn ausplündert. Sind dann mehr Dinge gegen das Gebäude des Eisenthrons vor. Ihre ehemaligen Anführer wurden zwar getötet, doch die verbleibenden Mitglieder würden so eine Behandlung nie zulassen. Jedenfalls nicht freiwillig. Nach dem Tod der ehemaligen Anführer des Eisenthrons hat Sarivok die Kontrolle über ihn übernommen. Ja, Skars tot. Da muss ich, äh... zur errötenden Nixe. Sarivok nutzt die Mittel des Eisenthrons, um seinen Griff nach der Macht in Baldus Tor zu finanzieren. Zudem hat er als Nachfolger für den überraschend verstorbenen Skain in seiner Lakaien als neuen Kommandant der Flammenden Faust bestimmt. Offensichtlich ist die Großherzogenwürde sein Zwischenziel. Auf sein Endziel lässt sich daraus allerdings noch nicht schließen. Sarivok hat die Führung über den Eisenthron nach dem Tod der Anführer übernommen. Doch er scheint kein Interesse am Eisenthron zu zeigen und trifft er Scheidungen, die ohne Zweifel die gesamte Organisation ruinieren werden. Er hat offensichtlich schon die ganze Zeit hinter den Kulissen die Führung inne gehabt und die Eisenthron dazu benutzt, die Spannung zu verschärfen, statt ihn als Verdienstmöglichkeit anzusehen. Welche Motive er hat, sie sind sicherlich nicht darauf ausgerichtet, den Eisenthron zu nutzen. Und ja, meckert er nur wie Konia, nur wenn wir rumstehen. Nach seiner Machtübernahme über den Eisenthron hat Sarivok damit begonnen, dessen Mittel bis zum Äußersten auszuschöpfen. Selbst wenn die ehemaligen Anführer tot sind, werden die übrigen Mitglieder in solch umwiegenden Plünderungen nicht lange tatenlos zusehen. Was hat Sarivok vor? Das finden wir raus, indem wir jetzt nach oben gehen. Wer seid ihr? Habt ihr hier etwas zu suchen? Nach welcher Rolle spielt das schon? Das ist sowieso alles ein völliges Durcheinander. Ich habe mehr Videostand bei meinem Einbruch erwartet. Was geht hier vor? Hier passiert fast gar nichts. Alles bricht hier sich zusammen, während wir uns hier unterhalten. Und dann ist nur eine Person schuld. Und wer soll das sein? Garantiert ist Sarivok der Übeltäter. Er verlangt nach der Macht über den Eisenthron. Aber welchen Zweck er damit verfolgt, ist mir ein Rätsel. Er schmeißt mit Gold um sich, als wäre es Kupfer und hat sich den Eisenthron zunutze gemacht, um Regierungen gegeneinander aufzuwiegeln, anstatt unsere Schätze beisammen zu halten. Er ist auf dem besten Weg, aufgrund seiner Bemühungen sein eigenes, dafür angerichtetes Chaos zu ordnen. Großherzog zu werden, aber ich bezweifle, dass dieser Titel seinen Blutdurst stillen wird. Wer seid denn er eigentlich? Und was macht ihr hier? Ich bin hier, um meinen Namen für Mord an den Anführer des Eisenthrons heranzuwaschen. Ich bin hier, um Sarivok für seine Taten umzubringen. Dann werde ich euch ziehen lassen. Je mehr klingen Sarivok heute Nacht verfolgen, desto besser. Ich muss jetzt gehen. Ähm.